ja hallo zufriede freude smartphone beim letzten mal haben wir fotos gemacht heute wollen wir diese fotos bearbeiten das ist unsere aufgabe 24 dir gefällt dein foto noch nicht verändere den ausschnitt deines bildes als erstes schauen wir uns dazu an welche möglichkeiten der bildbearbeitung es gibt und welche symbole dafür verwendet werden sie haben eine kleine übersicht der symbole in ihrem buch als erstes haben wir hier filter ein schwarz weiß foto wäre zum beispiel so ein filter dann haben wir zuschneiden das heißt der ausschnitt ihres bildes gefällt ihnen noch nicht und sie wollen ein bisschen was wegschneiden bei vielen smartphones können sie auch die belichtung und farbe noch mal verändern sie haben hier das symbol sticker da können sie irgendwelche lustigen aufkleber auf ihre bilder drauf machen und als letztes gibt es noch text das heißt sie können auf ihre bilder auch noch was drauf schreiben in dieser aufgabe wollen wir ein bild zuschneiden das heißt ja ein bisschen zu viel fotografiert und wollen noch etwas wegschneiden als erstes müssen dafür die app galerie oder fotos öffnen dann suchen wir ein bild aus dass wir bearbeiten wollen ich habe hier ein ganz nettes selfie da habe ich ein bisschen zu viel fotografiert und das will ich jetzt wegschneiden jetzt müssen sie in die mitte ihres bildes tippen dann öffnen sich unten ihre werkzeuge und jetzt wieder jedes smartphone anders deswegen gibt es hier auf ihrem bildschirm 1 gleich mal einen sticker und ich schaue mir was für sticker es hier gibt hier gibt es einmal den stift bearbeiten und einmal gibt es gleich dieses symbol für zuschneiden bei manchen smartphones da muss man gar nicht mehr extra tippen da werden gleich vorne die werkzeuge angezeigt auf meinem smartphone da ist es der stift da steht bearbeiten und den würde ich mir jetzt hier in die mitte kleben und das mache ich jetzt gleich mal ich tippe hier auf diesen stift und bekomme hier meine bearbeitungs werkzeuge ich brauche zuschneiden also tippe ich einmal auf zuschneiden und damit kommen wir zum bildschirm 2 jetzt bekommt nämlich mein bild einen rahmen und ich kann jetzt an jeder ecke dieses bildes hier schieben um mein bild so zuzuschneiden wie es gern haben möchte ich mache das jetzt hier mal auf mein bild ich möchte nur einen roten hintergrund haben das heißt ich schiebe die ecken so rein dass ich nur noch diesen roten hintergrund sehe so finde ich mein bild jetzt schon ganz schön und was dürfen wir am schluss nicht vergessen richtig speichern ich muss es jetzt einmal abspeichern und damit sind wir beim dritten bildschirm und auch hier wieder ein aufkleber weil jedes smartphone anders ist bei mir muss ich erstmal hier auf das häkchen tippen und dann bekomme ich hier oben rechts ein symbol für speichern ich schaue mal welche aufkleber gibt es hier hier gibt es jetzt nur das häkchen oder speichern als aufkleber aber sie haben hier unten auf ihrem bogen noch weiße aufkleber und da zeichne ich mir jetzt einfach das symbol drauf dass hier auf meinem smartphone ist und das habe ich schon gemacht das heißt ich habe einmal hier rechts unten das häkchen mit dem häkchen bestätige ich dass ich mit dem zuschneiden jetzt zufrieden bin und hier rechts oben habe ich dieses symbol damit weiß ich ich muss auf dieses symbol tippen um mein bild so abzuspeichern und das mache ich jetzt mal also ich tippe hier auf das häkchen und danach tippe ich hier oben rechts auf dieses speicher symbol und damit ist mein bild jetzt abgespeichert und ich könnte es so jetzt versenden beim nächsten mal zeige ich ihnen wie die anderen bildbearbeitungswerkzeuge funktionieren bis dahin